Und da sind wir wieder, vor euren Lukas Wohnung. Es ist erneut geschehen. Jemand ist im Waschsalon gestorben. Ich hab's gesehen, als wär ich dort gewesen. Agatha ist tot. Er verrät mir nun, was hier gespielt wird. Niemand. Okay, wenn ich mich recht erinnere. Ja, hm. Jetzt folgt eine der längsten Sequenzen in Reaktionstests. Deswegen werde ich jetzt nichts sagen. Genießt es einfach. Ich hoffe, ich krieg das hin. Viel Spaß. Dann lass meine Tage im Gefängnis absetzen und nie erfahren, was wirklich geschehen hat. Das werden wir nicht. Stop oder ich schieße. Keine Bewegung. Das würde ich auch gerne können. Wahnsinn. New Yorker Polizei. Keine Bewegung. Genauso laufe ich auch immer in die Uni jen früh. Ich hör dir bei mir. Nys Rangers da. Nein! Na, Karla ist beeindruckt, ne? Wir sind so cool. Okay, es war nicht die längste... Hast du gesehen, was er eben gemacht hat? Da bleibt ihm die Spucke weg. Wir müssen ihm kriegen. Nächstes Abend entkommt er uns nicht. Ach nee. Ja, da bleibt ihm die Spucke weg, in der Tat. Es war vielleicht nicht die längste Sequenz. Ich glaube, es kommt eine, die ist noch ein bisschen länger. Aber es war auf jeden Fall die actionreicheste, ne? Okay, Karla Valenti und Tyler Meitz wird jetzt, glaube ich, der Arsch aufgerissen. Und wir nehmen mal... Na, Tyler ist cooler. Obwohl es, glaube ich, wurscht ist, wenn wir nehmen... Äh, Tyler. Wir hätten dem Problem bloß schnappen können, wenn der Typ nicht solch abgefahrene Dinger gebracht hätte. Dieser Cain ist kein gewöhnlicher Bursche, wie wir erst dachten. Was wollen Sie mir eigentlich weismachen? Dass dieser Typ Superman ist? Meinen Sie das? Und Sie glauben wirklich, das kaufe ich Ihnen ab? Karla? Wir haben ihn unterschätzt. Das gebe ich ja zu. Wir wussten, er ist gefährlich, aber... Nicht, dass er gut trainierte Polizisten ausschalten und unter einem Hubschrauber hängt, entkommen könnte. Tja, wer hätte das gedacht? Ihre Wagen scheinigende Ausreden können Sie sich sparen? Wenn die Presse spitzkriegt, dass Cain uns entwischt ist, werden die mich in Stücke reißen und dem Rat raus wird man meinen Kopf fordern. Also, was haben Sie jetzt bitte schön vor? Haben Sie eine Spur? Äh, Tyler. Cains Foto hängt bald in jedem Polizeiwagen, Bahnhof und Flughafen. Sobald er die Nase rausstreckt, wird die Falle zuschnappen. Ich will hier alle verfügbaren Männer im Einsatz sehen, verstanden? Ich will, dass Cain wieder in 48 Stunden das Handwerk gelegt wird, ganz egal wie. Ich will diesen Geisteskranken hinter Schloss und Riegel sehen, bevor noch jemand von ihm aufgeschlitzt wird. Und jetzt raus hier! Carla, ich hab dich schon gesucht. Wir haben Cains Abdrücke in einer Wohnung gefunden, wo die Leiche einer alten Frau lag. Das ist nicht alles. Gestern Abend geschah in einem Waschsalon ein Doppelmord. Eins der Opfer starb an Messerstichen in der Herzgegend. Garrett ist schon vor Ort. Er wartet auf dich. Hm. Okay. Hm, wir gehen... Wir machen mal Lukas. Ja, doch. Hm? Lukas in der St. Pauluskirche. Lukas. Was? Lukas. Ist das Agathas Stimme? Okay, hoch. So früh werden wir geweckt. Wie unschön. Lukas. 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 Die ist doch tot. Was soll denn das? Agatha? Agatha, sind Sie es wirklich? Ich dachte, Sie seien... Tot. Naja. Ich versprach doch Ihnen alles zu erklären. Deshalb musste ich meinen Tod vertäuschen. Ich spreche nie mein Wort. Hören Sie gut zu, Lukas. Die Zeit ist sehr knapp. Sie sind weder verrückt... ... noch ein Mörder. Sie waren nur zur falschen Zeit... ... am falschen Ort. Äh, äh... Wer? Aber wer hat mich diesen Mord begehen lassen? Wer hat sich im Restaurant zu mir an den Tisch gesetzt? Ja, wer war das? Niemand kennt seinen wahren Namen. Man nennt ihn das Orakel. Er dient den Mächtigsten der Mächtigen. Sie agieren im Schatten, aber regieren die Welt bereits seinen Menschen gedenken. Okay, äh, äh... Visionen. Warum habe ich diese Visionen? Sie sind reell, oder? Gewissermaßen. Sie versuchen damit, sie zu beseitigen. Sie wissen zu viel. Und könnten deswegen lästig werden. Sie kommen! Fliehen Sie, Lukas. Sie wollen sie töten. Querschnittlan. In der alten Maya-Zivilisation. Das kann Ihnen einiges erklären. Agatha? Agatha! Was heißt, die kommt? Wer kommt? Okay, es folgt eine weitere Action-Sequenz. Wie sich erahnen lässt. Ja. Ja, aber wir haben genug Leben, um das hinzukriegen. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schwer. Wir müssen uns vor zwei imaginären Engeln abhauen. Beziehungsweise uns wegducken. Ich finde das schön, dass man hier immer noch so gelobt wird, wenn man was richtig gemacht hat. So super! Und oh! Da fühlt man sich gleich richtig gut. Oh! Ah, ihr kriegt mich nicht! Ah! Ja! Oh, mir läuft die Zeit davon. Gescheitert, okay. Ich muss kurz...